Der deutsche Beitrag kann sein, als Land, das den Holocaust erlebt hat, Menschen aus den arabischen Ländern einzuladen, dass sie in Deutschland lernen, wie wir Erinnerungen pflegen. Und Deutschland kann in der Europäischen Union den gesamten Abelhammer-Kreuzprozess unterstützen, diplomatisch, wirtschaftlich und politisch. Wir haben viele, durch die ganze Zeit, die die Gemeinschaft verabschiedet wurden, durch die Mitglieder des Mitgliedstaates in den deutschen Regionen. Und wir haben über die Geschichte über die Geschichte der Allmache und die Erinnerung, und wie die Allmache verabschiedet hat, die vorhanden und vorhanden Szenen, Die die der Zeit Berlin ist die europäische die 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 Wir sind ein Non-Profit, Non-Governmental-Initiative based on the Foundation of the Abraham Accords. Wir sind hier in Berlin, und bald werden wir zusammen mit Kolonien, Warsaw, Krakow und Auschwitz als Teil unserer Flagship-Holocaust-Education Programme. Das ist ein Programm von der Claims-Konferenz, das ist eine Jewish-Organisation, die mit dem German-Governement für die Reparation von der Holocaust, aber auch für die Holocaust-Education Programme. Und unser ist einer der wenigen und unigsten Programme, für die Holocaust-Antisemitismus und Counter-Extremismus-Education in der Arabischen Welt und in der Muslim-Kommunität der Welt. Hier ist ein paar Leute, die sich auf die Social-Media zu setzen und engagieren. Vielen Dank.